Die Automobilbranche befindet sich im Wandel. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen stellt dies aufgrund begrenzter Ressourcen, personeller wie auch finanzieller Natur und hohen Spezialisierungsgraden eine große Herausforderung dar. Viele mittelständische Unternehmen suchen daher Unterstützung und Orientierung bei der Transformation des eigenen Unternehmens. Dabei stehen die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, Trends bei neuen Geschäftsmodellen, Digitalisierungsthemen und die Weiterentwicklung aktueller Geschäftskompetenzen im Fokus. Für die Beantwortung solcher Fragen unabhängig und neutral hat das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg im Jahr 2020 bei der E-Mobil BW die Landeslotsenstelle Transformationswissen BW für kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg eingerichtet. Mein Name ist Tim Siegel. Ich bin Ihr Ansprechpartner bei der Landeslotsenstelle Transformationswissen BW. Wir unterstützen Sie als neutrale und persönliche Anlaufstelle bei allen Fragen rund um die Transformation der Automobilwirtschaft. Mehr zur Zielsetzung des Transformationswissen BW und unseren Angeboten finden Sie auf unserer Webseite oder im Video, das in der Beschreibung verlinkt ist. Im ersten Jahr konnten wir bereits mit über 150 Unternehmen im Land intensive Lotsengespräche führen. Viele dieser Unternehmen sind bisher stark von der Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor abhängig. Das zeigt aber auch, Unternehmen in Baden-Württemberg gestalten den Wandel aktiv und nutzen die Transformation als Chance. Die Automotive-Branche in Baden-Württemberg wird durch sie in Bewegung gesetzt. Genau diese Unternehmen teilen nun ihre gesammelten Erfahrungen im Transformationsprozess. Diese dürfen wir Ihnen auf unserer Webseite präsentieren. Die baden-württembergischen Zulieferer, das Kfz-Gewerbe mit seinen Handel- und Handwerksbetrieben berichten, was Anlass für die Veränderungen war und wo die Unternehmen angesetzt haben. Sie beschreiben die Erfolge und auch die damit verbundenen Schwierigkeiten und setzen so einen Impuls für branchengleiche Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen in einem herausfordernden, aber sogleich auch chancenreichen Transformationsprozess. Klicken Sie sich rein und sammeln Sie Impulse für Ihren individuellen Weg der Transformation. Kfz-Gewerbe mit März Kfz-Gewerbe mit März